Ja, meine lieben Freunde hier auf YouTube, ich wünsche euch frohe Weihnachten heute, einen besinnlichen Weihnachtstag, viele Geschenke, ich habe hier auch schon welche, die muss ich noch auspacken, schon ein bisschen verritten sind, per Post bekommen, ich habe hier auch Leute, die mir per Post was schicken, so schöne Päckchen, ich habe auch heute schon eins ausgepackt und ich habe jetzt noch einen schönen Song für euch, den habt ihr bestimmt schon auf meinem Kanal gesehen, aber jetzt mache ich nochmal die Piano-Version davon und viel Spaß, und man sieht sich ja vor dem Neujahr nochmal wieder. Musik 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 Musik